Willkommen zurück bei Valheim. Heute mal direkt live auf YouTube. Nicht wundern wegen dem Titel Valheim, heute ist übermorgen. Denn der Spielstand, soweit wir heute sind, sehen wir auf YouTube erst übermorgen. Deswegen heute ist übermorgen. Wenn das jetzt als Catch-Up, also später auf YouTube, also jetzt nicht live auf YouTube anschaut, sondern als Video auf YouTube, dann passt es wieder. Das ist dann kein verwirrender Titel. Jetzt bin ich verwirrt. So, was haben wir vor? Bogen trainieren. Oh, man sieht meine Aufzählung nicht. Bogen trainieren. Bogen aufwerten. Rüstung aufwerten. Das ist heute so der Fokus. Ich tue jetzt mal wieder die Eisenpfeile weg. Und ich tue alles weg, außer die Eisenpfeile. So, was brauche ich. Ich brauche jetzt erstmal Holz. Jede Menge Holz. Ich möchte jetzt nur als leichter Vogelschützer unterwegs sein. Also, die Ausrüstung werde ich dann noch wechseln. Ja, klar. Jetzt kommen wir nicht zur Killer-Moskite oder was? Gut. Jetzt wird es noch mal schauen. dass wir jetzt nicht unbedingt drauf gehen, jetzt mal hier oben so ein bisschen weiter den Wald abholzen. Auf mich, ey. Ich werde erst mal richtig viele Pfeile machen. Und dann nehmen wir nur den Bogen mit. Und unsere Spitzhacken. Oh, oh. Oh, shit. Ah, 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 ah. Oh, ah, ah, ah. Oh! Au! Was? Alter! Ja, komm! Dann bleibt das halt erstmal da liegen. Ja, komm! 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 Ja, da ist doch noch falsch gelaufen. Oh, das ist doch noch falsch gelaufen! Es ist nicht. Okay. Ich hab doch die Billig-Pfeile mitgenommen, oder? Holz-Pfeile, okay. Nicht, dass ich jetzt mit den falschen Pfeilen arbeite. Dass ich jetzt die ganzen hörwärtigeren Pfeile verschieße. Ja. Oho. Also, wenn ich Schaden mich hier mache, brauche ich mich gar nicht wundern. Dass der Bus da absolut unbeeindruckt ist. Oho. Hätte ja sein können, dass hier schon so eine Krypto-Stätte... Dem ist aber nicht so... Entschuldigung. Ja, klar. Sollte vielleicht nicht unbedingt in den Sumpf reinrennen, weil da diese Igel sind. Oder Skelette. Sollte. 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 Was war das denn jetzt? Was habe ich da aus der Bewegung so weit rüber geschossen? Das war ja komisch. Das ist noch nicht das, was ich leben wollte. Ja, noch ein bisschen. War ein bisschen nichts. So. 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 Stimmt, hier ist ein dicker Schwamm. Oh, kind of a stall, man. Nein, hier haben wir definitiv noch nicht alles gemacht. Nee, da ist glaube ich erstmal nix. Okay. 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 Oh oh. Nope. Not comfortable. Wir haben echt viel Mist dabei. Aber naja. Wir haben echt viel Mist dabei. Nö, dann geht's nicht unbedingt viel weiter. Das ist das Show-Wetten jetzt schon 300 voll. Das ist das Show-Wetten. Das ist das Show-Wetten. Das hab ich übersehen. Das Show-Wetten. Das ist das Show-Wetten. Ja, noch kurz, bis das wieder ein bisschen aufgeladen ist, das Ganze. Ja. Ah, wir haben noch Platz. Das ist das Show-Wetten. Nein. Nein. Das ist das Show-Wetten. Das ist das Show-Wetten. Das ist das. Das ist das. Das ist das. auch Oh. Okay. Wow. Laufen in die falsche Richtung. Was war das denn für ein Pfeil? 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 Oh, oh, ein Rachegeist. Ne, Zorngeist war das. Nicht Rachegeist. Hau. 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 Das ist so gut. 2 Kilo zu viel. 2 Kilo zu viel. 2 Kilo zu viel. 3 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 Kilo zu viel. 4 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 Kilo zu viel. 5 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 Kilo zu viel. 6 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 Kilo zu viel. Was macht der denn da? Hey! Hey! So was, der hackt einfach auf meinen Schutzwall ein. So was macht ... So was macht der, der guerre, der war was imfeldeig? So was macht der, der Vlad. So was macht der Einzelverdner, der vorne und macht der Erwärmung. So was macht der Erwärmung? Okay, selbst die Einzelverdner. So was macht der Einzelverdner? Nein! Nein! Was ist das? Was? Was ist das? 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 Was brauche ich denn alles? Was? Ich habe jetzt auch gar keinen Hammer dabei. Ah, Feuersteine brauche ich. Was? Was? Zehn Stück von dem Feuerstein. Okay. Das ging wirklich einfach so ein bisschen rum. Was ist das? 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 Da kommen eigentlich Feuerstandräume. Feuerstandräume. Oh man. Ja klar. Ja. 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 Nein. So, noch ein paar Feuersteine. So, noch ein paar Teile. Holz! Na, das war zu unerwartet. So, noch ein paar Teile. Das war's für heute. Wow, das war vielleicht ein bisschen knapp. So, ich will jetzt noch so ein bisschen von dem Kernholz holen. So, ich will jetzt noch so ein bisschen. So, ich will jetzt noch so ein bisschen. So, wir sind im dunklen Wald. So, ich will jetzt noch so ein bisschen. So, ich will jetzt noch so ein bisschen. So, ich will jetzt noch so ein bisschen. Look. Ah, die Steine sind wirklich sehr schwer. Ich habe irgendwie nichts, was sich gerade verbraucht. Immer noch zu schwer. So, bitte. So, bitte. Ja, jetzt kann ich die Himbeere essen. Nein, ich sage jetzt sicher, habe ich wohl den Bogen raus. Ja, jetzt kann ich die Himbeere essen. Ja, jetzt kann ich die Himbeere essen. So, einmal der Hackklotz. Okay. Okay. Stufe 2. Dann brauche ich noch Lederreste. Geht doch. Okay. Okay. Dann brauche ich Edelhals, was brauche ich hierfür noch? Was zieht die anderen Edelhals? Okay. 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 Da muss ich jetzt leider ein paar Birken dran glauben, weil wir Edelhals brauchen. Okay. Oh. 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 Was ist das? Ja, hör doch ganz kurz hin. Jetzt brauche ich Eisen und Obsidian. Jetzt brauche ich das. Warum ist das denn hier im Hintergrund draußen? Was ist da die Wand? Was ist da die Wand? 3 So 4 Jetzt brauche ich nur noch Kernholz Das habe ich ja schon geholt So jetzt mache ich 38 Schaden Und dann mache ich 41 Die Haltbarkeit Auch noch mehr Das ist die maximale Qualität Die Haltbarkeit Es gibt einen Jägerbogen Und ich habe das noch nicht gecheckt Alter Und ich rüste das ganze Zeug da auf Oh Gott ey Oh Gott Oh Gott Oh oh So was blödes, ey. Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, wieso es für den Bogen keine Verbesserung gibt. Ich glaube, es wird die ganze Zeit übersehen. Eisen und Federn brauche ich noch. Ist da noch irgendwo Federn rumfliegen? Oh Mann, ey. Gehe ich halt nicht mit dem Spielzeugbogen in die Schlacht. Okay. Oh. Oh. Oh, äh. Ja, da sind zehn Eisen drin gewesen. Ähm. Oh. Oh. Untertitelung. BR 2018 Nur noch zu wenig. Oh, äh, hab ich nicht. Eisen. Und Hirschfell. Ist hier irgendwo noch ein Hirschfell? Das ist ein Hirschfell. Zum Meeresgrund hab ich Hirschfelle. Das ist ein Hirschfell. Ah, nee. Und ich rüsse das Zeug noch auf. Das ist ein Hirschfell. Das ist ein Hirschfell. Das ist ein Hirschfell. Das ist ein Hirschfell. Das war's für heute. Das wär's jetzt gewesen. Das war's für heute. Das ist ja kein Wunder, wenn ich... Oh, Mann. Das regt mich jetzt auf, dass ich den Typen beim Spielzeugbogen besiegen wollte. Ich bin jetzt immer so ein stärkeren Gegner. Nein, nicht ein Vogel. Oh! Ja, klar. Nein, die schöne Himbeeren. Oh. Oh, na, also, I'm at... Was? 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 Eigentlich wollte ich heute noch ein bisschen länger machen. Aber nachdem ich... Oh! Oh! Super wie du fährst! Ist der Stream wohl doch... Wird der Stream wohl doch etwas kürzer ausfallen? Ja! Ja! Ich bin gleich. Ja... Dann bin ich... Ja! 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 Dramatische Musik Ich bin doch schon etwas geschlauchter vom Tag als gedacht. Okay, dann sage ich vielen Dank fürs Dabeisein hier auf YouTube. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Valheim. Ciao.